Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit mir und dem Leon. Ja, im letzten paar zu bestimmen, das war es im letzten paar mit technischen Schwierigkeiten, ich glaube schon, ne? Ja, das war im letzten paar. Gut, ähm, ja, ihr seht, habe ich neues Texte-Pack aufgemacht, das ist Mario, Pune oder wer auch immer das ausgesprochen wird. Oh, da, einer, wie viele Monster sind vor mir gespawnt, ich kann jetzt nichts erkennen wirklich, also, mein Schwert ist auch gerade flöten gegangen. Und, ähm, off-screen, habe ich noch etwas gefunden. Oh Gott, ey, zwei Spinnen noch und ein Zombie, ich werde sterben, weil ich keine Waffen habe. Ich habe folgendes gefunden. Eine Kiste. Was ist da drin, lieber Leon? Genau, das habe ich ja noch nicht nachgeguckt. Dann mach das mal. Ich denke, ne, ich hoffe... Ich verbarrikadier mich kurz. Dass dort ein Diamant drin ist. Ich habe ja in der letzten Folge schon... Was? In der letzten oder in der Folge schon ein Diamant gefunden. Wenn dort ein Diamant drin sein sollte, habe ich mein neues Diamant sperrt. Das Texte-Pack ist, du bist hässlich irgendwie, aber egal. Mario? Ja, das gefällt mir nicht unbedingt, aber... Okay. Ihr da dem sein, ne? Leute, betet mit mir, dass dort ein Diamant drin ist. Ich habe kein Holz mehr. Scheiße, 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 scheiße. Ich gehe jetzt zur Kiste. Wo war sie denn? Jetzt kommt's. Weil? Ja, da vorne ist sie. So, ich habe sie, wie gesagt, wie du gesagt hast, Dominik, ich habe sie noch nicht aufgemacht. Wie gesagt, wir haben ein bisschen offscreen weitergemacht, also ich jedenfalls. Dann habe ich gesagt, Dominik, ey Dominik, mal hier du, ich habe eine Kiste gefunden. Und dann hat er gesagt, ey, mach dir doch erst eine Aufnahme auf. So wird es spannender. Kommt eh nicht darüber. Soll ich's aufmachen? Ich steh genau vor der Kiste jetzt. Okay. Augen zu durch. Augen zu durch. Ich klicke in drei Sekunden auf rechts. Eins. Ich mache auch die Augen zu. Eins. Zwei. Drei. Kiste ist offen. Ich mache meine Augen langsam auf. Alter. Nicht ernst. Was ist Diamant drin? Alter, das ist nicht dein Ernst. Ein Diamant, zwei Goldbarren, drei Restnäume, zwei Brunnen. Also so langsam ist das echt ein bisschen sehr unfair. Das ist ein Diamant. Alter. Ich habe Diamanten. Ja. So langsam reicht es echt, ey. Alter, du kannst dir echt vorstellen, dass ich fruste, oder? Alter, mein Lautstärke hat sich auf elf runtergestellt, so. Alter. Alter, ich habe hier mal ein... Alter, nee, ich hau jetzt sofort ab aus dieser Hölle. Ich baue mich jetzt straight nach oben. Ich will hier raus, Alter. Ist der mal richtig total, ey. Ja, ich gehe auch schnell raus. So langsam. Ich habe mein neues Zimmer trainiert. Ja, sicher. Das ist so unfair, Alter. Das gibt's nicht. Ja, sicher. Ja, sicher. Ey, du kannst dir vorstellen, dass ich fruste, oder? Ja, nee, ey. Ich würde mich so übelst, ich würde mir so übelst die Kämme knutschen, Alter. Da war mein Freund zwei Diamanten findet in so einer Höhle. Und ich habe ein Enchanted Book. Klünderung. Auch voller sozial. Dann kriege ich mehr Items, wenn ich welche töte. Geil. Das ist echt fies, ey. Also, das regt mich gerade echt auf. Das ist echt nicht mehr normal, ey. Ja, mich würde es auch derbst, derbst aufregen. So, ich baue mich jetzt straight nach oben. Hier ist aber ganz viel Ei... Nein, Skilett, Hilfe! Ich habe fünf Gold, glaube ich, gefunden. Du bist stumm, oder? Nee, doch nicht. Hat sich gerade so angehört, als wäre es stumm. Mann, jetzt bin ich richtig depriert. Ich höre schon, wie ich leise bin, ey. Boah, es ist asozial, ey. Es ist echt einfach nur noch asozial. Boah, ich brauche mich jetzt straight nach oben. Boah, ich finde bloß raus, dass ich will. Ich bin auf 18. Das könnte ein bisschen dauern. Oh, Creeper! Oh, scheiße! Du darfst jetzt nicht sterben, Alter. Ich will auch nur noch nach oben. Ich hoffe, ihr ist kein Song. Ich habe drei Stecks Eisen, Alter. Ich habe so viel, wenn ich jetzt sterbe. Drei Stecks Eisen! Du bist richtig, ja. Du bist richtig leise, mach ich mal lauter. Ja, ich mach kurz vor dem Trend. Leute, sorry, dass ich gerade ein bisschen leise bin. Irgendwie bin ich gerade, du bist demotiviert. Keine Ahnung, warum. Ja, völlig verschörende, wie jetzt bei der Jammann. Da liegt es echt noch mal neustierbar. Da liegt es irgendwie echt nicht. Irgendwie gerade, weil es schon so spät abends ist und so. Das ist ungewohnt für mich, aber... Ach, oh Leute, leckt mir die Eier, ja, ja. Ich habe meine Diamanten. Oh, das ist unfair. Das ist einfach nur asozial. Das ist so geil, fair einfach. Ich habe es verdient. Bist du nicht? Also ich finde, ich habe es verdient. Ich komme es darauf, dass du es verdient hast. Du hast deine ganzen Diamanten versäumt, weil du einfach zu schlecht warst. Also das... Das ist jetzt eine Unterstellung, ne? Ja, auf jeden Fall. Mann, ey, wie mich das gerade aufregt, ey. Das frustet mich gerade übelst. Ich würde es auch so hart frusten, Alter. Boah, wie asozial. Das ist einfach nur is, ey. Das gibt es ja wohl nicht. Aber herzlichen Glückwunsch. Boah, wie geil, ey, Alter. Ich finde es nicht unbedingt so cool. Ich finde es... Hammer. Ja, Leute, ihr seht gerade, wie ich mich hochbaue, damit ich einfach raus aus dieser beschissenen Höhle komme. Wo ich zwei jemanden angef... Halt die Schnauze. Angefunden. Angefunden habe. Halt einfach nur die Schnauze. Lass es einfach, bitte. Ob es Dominik... Oh, jetzt Kohle. Oh, wie geil das ist, Alter. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, Alter. Doch, ich kann es mir vorstellen. Weil ich selber schon mal Diamanten gefunden habe. Und ich finde es übelst selten Diamanten. Das heißt, ich war extrem froh, als ich das erste Mal Diamanten gefunden habe. Ich habe erst zweimal in meinem ganzen Leben Diamanten gefunden. Insgesamt. Ich habe schon so oft Diamanten gefunden. Das ist immer mal. Ich finde, so selten Diamanten, das kannst du nicht glauben, ey. Bei sowas habe ich richtig Pech. Ja, ich bin oben und es ist Tag. Gut, ich komme auch hoch gerade. Äh, ja, ich sollte... Oh, wo bin ich denn? Oh Gott, Minus. Wie waren die nochmal die Koordinaten von so einem Haus? Scheiß, ich habe die Notiz nicht mehr her. Wie? Ich habe die Notiz nicht mehr hier. Was ist ein Sumpf? Das war, ähm... 180 und 560, glaube ich. Minus 180. Ja. So in den Drehungen ungefähr. Ich habe es weg. Minus... Ah, okay, muss es in die Richtung. Und Wasser. Ich hoffe, wenn ich jetzt ertrinken, dann rass ich aus, ey. Dann rass ich richtig übel. Die Sonne gefällt mir ab, irgendwie gefällt mir das Textrepeck nicht, das zieht mich voll runter. Wie viele Erdse hast du? Oh, du hast gerade voll den hässlichen Ton. Hä? Erdse. Ich habe fünf... 50 Eisenerz, 10 Golderz. Mehr nicht. Und 14 Labus Lasuli. Und... Ein 64er Stack Redstone, 14er Stack Redstone, also... Nicht unbedingt viel. Und waren die Koordinaten Minus 170? Alter, man, du hast einen übelst hässlichen Ton gerade. Oh, Mann, oh... Minus 180, glaube ich. Welch ich bin jetzt? Wie sieht denn die Musiker in der Drehung? Ich sehe die Höhle von oben. Das sieht übelst heftig aus. Oh, Mann, ey. Also, ich bin schon fast da wieder. Ich auch, ich bin... Ich bin quasi nur noch ein Katzenspruch von unserem Haus und Pferd. Ich weiß immer schon, wo ich bin. Ja, ich sehe... Ich auch. Ich auch. Ich bin auch gleich da. Na, sieh'n schon. Mann, ey. Wie es mich gerade frustet, ey. Übel. Geil, ja. Aber ich sollte mit ein bisschen mehr Elan an einem Let's Play gehen, also. Leute, wie geht es denn heute, ne? Also, mir geht's gut. Mehr oder weniger. Mann, wie mich das gerade übelst. Ich sehe zu Hause, ich bin zu Hause, ich auch mit zwei Gehäuse. Wie es mich gerade einfach nur frustet, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Also, das ist echt unfair. Wie viele Diamanten hattest du jetzt insgesamt schon gefunden? Sechs oder so? Sechs. Dominik, sechste null. Leon Möwe, sechs. Dominik, null. Ja, ich finde die Diamanten. Ich finde so scheiße selten Diamanten. Ich bin zu Hause, yay. Ich finde unser Zuhause gerade nicht mehr. Lol, leck mir die Kimme, ey. Ich hab keinen Bock durch Snobie. Alter. Ich hab keinen Bock durch Snobie, umzulatschen. Volles Inventar, Alter. Ich auch fast. Ich mach jetzt erstmal ein paar Öfen, Alter. Ja, deutsch. Warum machst du Öfen? Ja, damit ich das Erz braken kann. Erz. Sag ich echt so übertrieben Erz. Du sagst immer Erz. Erz. Wie sind die Koordinaten? Minus 108, 280 und Z560. Okay, bei 560 bin ich fast, aber ich bin nicht grad mal bei 33. Oh, man, ey, ja, chill, Dominik, chill. Einfach mal beruhigen. Irgendwann wirst du auch Diamanten finden. Ist dann vielleicht mal ein bisschen. Bam. Gut. Ich glaube, zu offen tot. Auch wie das gerade, ne? Alter, ich bin so... Ja, ich glaub dir, dass du happy bist, aber ich bin nicht grad so happy. Wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Ja, kann ich. So, und dazu noch dann... Dazu auch noch... Äh, drei Stacks Eisen, also... Hab ich nicht mehr auf. Vor allem, Alter, das ist ja mein Let's Play. Mhm. Und ich räume hier ab, Alter. Vor allem, die sehen das ja nicht, wie du die findest. Die können auch denken, dass es dir cheat ist. Leute, steht zu mir und sagt, dass er cheatet. Also er cheatet doch echt. Ich mach mir jetzt eine eigene Kiste. Und ich möchte nicht, dass du in diese Kiste reinguckst oder da irgendwas klaust. Weil mir die andere Kiste irgendwie ein bisschen zu voll wird. Äh... Oder nee, das wird so eine Notkiste, so. Die Diamanten nehme ich da schön raus. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Wovon? Was du da gerade laberst, weil ich dir gerade überhaupt nicht zuhöre. Achso. Mal davon abgesehen. Das Texture Pack gefällt mir nicht. Überhaupt nicht, irgendwie. Ich werd nur diesen Part dann spielen. Ja. Du kannst ja später in der Aufnahme sehen. Find ich unbedingt schön. Aber ich glaub, das ist auch der letzte Part von Minecraft, den ich in der nächsten Zeit aufnehmen werde, weil ich hab keinen Zelda-Part mehr. Muss ich auch erstmal wieder aufnehmen. Und Sonic auch. Hi, Dominik. Das Texture Pack ist hässlich. Aber richtig hässlich. So. Nee, ich wechsle das Texture Pack. Sorry, Leute. Aber... Dominik, achso, ich wollte grad zeigen, was ich in der Hand halte. Ja, stimmt für dich. Bist du pisst? Oder noch? Natürlich. Kannst du dir auch vorstellen. Ja, übelst. Nee, war das Mario Texture Pack? Mach ich da drüben so, da mach ich da drüben. Das sieht schon besser aus, ja. Mach ich da drüben so die Erzkiste. Kommt alles in Sicht. Erz. Erz. Ja, ich mach da drüben die Erzkiste. Kommt da nur, da kommt da nur Erze rein. Na, auf das Laat zu liegen. Redstone. Hier hast du 50 Eisenerz. Feuerstein ist Feuersteinerz. Ich tue es immer unter Erz, ja? Ja, soll ich auch mitz. Vermut. So. Dann kommt hier da Klumpatzschreiber. Hier sind noch kürzene Eisenerze. Oh, da, 50 hier. Pack ich drüben noch rein. Nee, müssen wir erst mal braten. Braten. So, kommt hier der Klumpatzschreiber. Scheiße. Ähm, da, gut. Ich hab keine Workbench mehr parat. Oh Gott, bin ich grad leise, ey. Ich merk das grad richtig. Bist du auch. Mal, wie das grad... Das grad geil ist, ne? Das ist für dich, ja. Hab ich das nicht unbedingt so cool. Das ist echt der Hammer. Boah, läp' mir die Kinder, ey. Nee, danke. Wieso denn, ey? Schmeck' gut. Dominik, du musst übelst pisst sein. Ach, du tust mir nicht gut, halt. So, und Dominik, guck mal her. Nee. Ich habe mein Diamantschwert. Sieh es dir an, voller Freude. Präsentiere ich es von dir. Ja, das sind zwei Pilze. Das sind zwei Pilze. Ich back den nicht ruhig, ich brauch den nicht. Hammer vorwärts. So, wie kann ich das denn, wie kann ich das denn jetzt mit dem Entschadet-Buck machen? Das Boston, ähm, Amos. 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 Wie macht man denn Amos aus Eisen, ne? Aus Eisenblöcken, glaub ich. Eisenblöcke, oh Gott. Das ist richtig verschwenderisch, ey. Eisenblöcke. Guck mal, ich guck mal gerade im Viki nach. Na, macht das. Könnt jetzt mal mit dem, ich gehe zu sich halt auf. Und Leute, was macht ihr heute noch so? Oh, ich freue mich so. Ach, ach, was heißt man nicht, ey. Ah, Leute, da sind wir wieder alleine, beide Leon uns wieder am Stich gelassen hat. Wie immer. Nein, natürlich, weil ich nicht so klar bin. Also, wenn er es findet, dann findet er es halt, kann ich auch nichts gegen tun. Ja, das stimmt. Und ich habe mir das nicht geteatet, weil ich das gar nicht kann, weil, äh, jegliche Mods, Plug-ins, gar nicht auf dem Server installiert sind. Wo ist die Erzkiste? Äh, drüben. Die andere. Die hier. Ja. Okay. Drei, drei Eisenärztext, ist klar. Ja. Ja. Ja, die sind in den Öfen drin. Verleck mich, Alter. Alter. Was alles macht's? Viel, ey. Ach, nee. Na gut, ich habe das auch nie abgestaubt, also. Ich nehme Eisen immer mit. Ich irgendwie nicht. Ich habe darauf gehofft, dass du es mitnimmst für mich. Aber ich will eigentlich bei dir. Wir haben uns ja getrennt. Ja, warum auch immer. Was unbedingt nicht, nicht unbedingt toll war. Nee. Und jetzt hättest du jetzt vielleicht auch einen Diamanten. Außerdem ist es besser für das Let's Play, wenn wir zusammenbleiben. Lassen wir demnächst einfach zusammenbleiben. Jo. Aber jetzt kommt sowieso die nächste Zeit nichts mehr mit Höhle. Nee. Frust mich nicht zu sehr. Crafting. Zwei Diamanten. Zwei Diamanten. So ist es. Boah, das hat mir die Kümmer, ey. Nee. Boah, der will mein Internet kann abspannen, nur weil ich Minecraft offen habe. Ist ja der Hammer. Jetzt darfst du nicht denken, dass ich mich nicht für dich freue, oder so, aber ich irgendwie finde ich es ein bisschen unfair. Ja, okay. Unfair ist es definitiv. Ich mache meinen Inventar mal eben voll. Wir haben ja jetzt genug Eisen. Ambus, wo ist hier eine fucking Ambus? Ich finde den nämlich gut mit dem Wiki. Da ist der Ambus. Alter, braucht man drei Eisenblöcke und vier Eisenbarren. Alter. Aber wir haben übelst viel Eisen. Wir haben hier noch ein Stack und zwei und hier sind auch noch insgesamt vielleicht zwei Stacks. Dann mach mal schon mal drei Eisenbarren, bitte. Äh, drei Eisenblöcke. Also, вот das war hoch. Das war das nicht so, was? Ich habe denjenigen, wo deines Sonnουνiums beérieur fonten wollen. Ja, ich mache ja. Wie viel von Deine? Gib mir mir ein mal 그� tore. In dieser�uhr segregation, ganz kalt дев 너무 gut. Ich habe das nicht lige candidate. Und Gott in dieser Beste leere priceben ist, wo ich heute Nachbar will, wie auf därigen ist, ne? man freu ich nicht so es ist ja aber das ist natürlich klar ich freue mich auch für dich das ist nett von dir guck mal Dominik hier ist es das sieht übelst übelst episch aus dass jemand schwer ich weiß und mit einem Text zu decken so ich mache dann jetzt ein Dings nun wo soll er in der Amos da da ist er herrn muss soll er nicht back immer hier aber auch noch ich komme bei den Ambruch Erfahrungskosten 9 ich habe einunddreißig Lern zum 20 nicht ich mache mich er mit schadet Bucks kommt ja auch machen oder nein die kann man nur wollen und finden glaube ich kommen das ist er schade dass man keine Äpfel braten kann gebratene Äpfel schmecken gut mal hier ja das verstanden sie ist es der Kreis in Herzen packt die man hier das noch kohle ich habe es keine Zeit kehren Zeit und so wechseln ja und kommt noch gut um das ist doch so das stimmt doch kann man kämpft das war auch nicht so die jahre man schon erholtet werden zu starten werden dritten dann nervt k k manchmal die ausdrüben sie zu leben und zieht auch nicht mehr macht ein schlager einherz ob die Versorgung von Eisenrussieger auch es ist ab da kommen muss man schlafen ganz kurz mal ganz kurz gucken was das da ist ich schmutz Rose okay um hier ich komme nach um mann er wollte er hat so leise irgendwie erst gibt es ja nicht nur den Frust ist nur nicht wirklich eigentlich irgendwie kann was schon so spät ist und ich gewohnt bin zu spät noch aufzunehmen nicht aber können normalerweise halt mit mittags auf wenn ich nach der Schule wenn ich von der Schule komme wenn ich nach der Schule von der Schule komme ja doch nicht jetzt erst mal hier ey das ist ein Skelett ein Schlag alter ja okay das gelass hat gebrannt von Sachsen fast nach fast jedem Satz in dem Sinne das war ich gar nicht das verlauft das war eine letzte ähm Paz Kumpen ich würde was ich muss jetzt nicht dass ich oft in dem Sinne Sachsen verlaufen was er die Fälle Ja, Epic Fail sagt aber, sagen aber viele noch. Müsst dann aber auch, äh, mal langsam unser Haus ein bisschen ausbauen. Ja, ne? Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, ich mein, Erze haben wir jetzt. Erze? Das ist ein Creeper. Ich probiere jetzt mal mein neues Diamant-Spieler an den Creeper aus. Wir haben es verstanden. Noch ein Schlag. Alter, zwei Schläge, Alter. Und fünf Schwarzpulver, weil ich Plünderung drei hab. Bei Plünderung kriegst du mehr Erträge von den Mob-Items. Oh, oh. Geil. Wir haben sehr viele Kühe. Oh, oh. Dominik ist pisst. Nee, eigentlich nicht. Keine Ahnung, warum ich kann irgendwie so... ...so bin halt. Alter, hab ich viele gezeugt, ey. Liebe Bachern! Ich bekomme Erfahrung dafür. XP, äh. Komm, ja, gib mir XP, geil schnitten. Ihr seid doch geil drauf. Äh, nein, nicht ausbrechen. Schön drin bleiben. Das ist jetzt immer, wir können mal ein paar Kühe schlachten bald. Lass mich das dann machen, weil ich Plünderung hab. Dann kriegst du mehr, dann kriegen wir mehr. Naja, wir haben es verstanden. Und du hast das Plünderung auf einem Diamantschwert. Plünderung drei. Dominik, ich tötte dich. Dominik. Dominik, du willst das nicht. Probier's doch. Wie viel Leben hast du, Alter? Ich hab jetzt noch die Hälfte. Alter, wie wenig... Hä? Das ist ja unnormal, ey. Warum mach ich so wenig Schaden? Ich schmeiß dir hier deine Sachen hin, ne? Warum mach ich so wenig Schaden? Versteh ich auch nicht. Hammer. Hast du irgendwas mit deiner Rüstung gemacht? Nein. Also meine Rüstung ist total Eisen. Also alles normal. Das ist doch nicht normal, ey. Wie wenig Schaden hab ich denn gemacht? Nee, ich glaub auch nicht, dass das normal ist. Das ist keine Ahnung. Vielleicht hast du mich einfach wenig getroffen. Nein, ich hab dich mindestens genauso oft getroffen wie du. Wie du mich. Na ja, gut. Vor allem auch wegen den drei Pfeilen am Anfang. Drei Pfeile, ja, okay. Die haben sich schnell wieder generiert. Muss ich zugeben. So. Die Ölfe erst mal nicht finden. Noll, da ist ne Uhr. Du hast ne Uhr an der Wand gehängt. Sieht geil aus. Spaß. Ich kann aber nichts für. Warum hab ich so wenig Schaden gemacht? Ja, ich weiß halt auch nicht. Verstehe ich auch nicht, Gott. Verpiss ich von Natur. Verpiss ich von Natur. Was mache ich denn? Was ist mit dir los, ey? Verpiss ich doch einfach von Natur. Sehr gut. Ich glaube, wir beenden den Part. Ja, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, irgendein Typ zockt mein Kraft. Ciao.